Nach dem Feld sind doch alle fertig oder nicht? Oder haben wir noch offenbar einen? Ne, dann sind wir durch. Soweit ich das weiß. Also du hast die 40 habe ich gedüngt, die 29, also ich nenne sie jetzt einfach die 29, eigentlich ist es ja gar nicht mehr Feld 29. Aber 29 hast du gemacht, die 34 hast du gemacht, die 43, jetzt die 3, ja passt. 46, 47, jetzt bin ich auf Dach. Das heißt, wir haben 6 Felder eigentlich, die wir bearbeiten können, plus die Wiese. Ja. Ja, neureiche Bauern. Ich meine, wir haben auch ein Mordsgehöfte, ne? Mhm. Ist schon kein so kleiner Hof. Und leck, alter Schwede. Was war denn das? Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich bremsen, aber weil es geleckt hat, bin ich jetzt einfach mal die Auffahrt hochgesprungen. Und wo warst du gerade auf dem Markt? Bei uns auf dem Hof. Achso. Hä? Hä? Was? Wieso füllt er das jetzt nicht mehr über? Ja, rein oder rein? In den, in den, in den Düngelstreuer. Winkel strebt nicht vom Arm. Voll drüber? Ja. Jetzt füllt er das nicht mehr um? Ja. Aber der Winkel oben vom Kopf nicht, oder? Andere Maustaste. Hä? Äh? Geht das nur auf dem Feld, oder wenn das... Ah, ja, ja, ja. Ich glaub, der muss ausgeklappt sein dazu. Probier's mal einfach. Also, wäre jetzt offenbar die einzige Option, die mir dazu gerade so einfällt. Ach, ja, rein. Hm. So. Jetzt füllt das um. Ja, der Streuteller muss aufgeklappt sein, sonst geht das nicht. Hm. Mhm. Und wie ich jetzt fast befürchtet habe, ins Lager geht's wohl nicht. Doch, geht. Da muss er drüber. Ja. Wenn nicht... Rick, gibt's denn. Umladen in den anderen einigen. Ja, es backt noch. Er würde gerne, macht er aber noch nicht. Jetzt geht's rein. Wahrscheinlich zur Trigger zu klappen. Er muss auf dem Trigger... Ich war über diesen silbernen Kasten, man muss aber auf dem Trigger bleiben. Also auf diesen einge... Zeichneten Teil. Okay. Ich seh mich schon irgendwann die beiden Schneidwerke richtig weghämmern. So wie ich hier jedes Mal lang baller. Ja. Also bei mir haben sie sich nicht bewegt. Ne, bis jetzt stehen sie auch noch. Ist doch immer so zwischendurch mal wahrscheinlich. Irgendwann... Weiß nicht, was sie als Anlass nehmen sich zu bewegen. Die haben alles vor dir. Die wollen weg. Versteh ich gar nicht. Vielleicht sage ich. Lass mich jetzt nach, wenn ich den Bellen passe. So, Kann das sein, dass hier drin ein Fahrzeug fehlt? Ich bin mit einem Fahrzeug auf dem Feld. Du hast ein Fahrzeug auf dem Feld. Einer... Mit welchem bist du unterwegs? Mit dem Kla... nee. Deutz. Mit dem kleinen Deutz. Ich hab den kleinen Klaas. Doch, dann sind das fünf Trecker, ja. Doch, schon so spät. Ja, war irgendwie gerade komisch. Ich dachte, es wären zu wenig Fahrzeuge. Weil hier so viel Platz ist in der Garage. Ja, das hat sich bald erledigt, wenn ich den BigBud kaufe. Der braucht eine ganze Garage für sich alleine. Was machst du an? Und den kaufen wir aber nur zum Rasenmähen. Wird zwar nicht gehen. Weil Rasenmäher ist nicht an dem. Jetzt hab ich das Lenkrad aus. Und trotzdem... Wenn ich Motorsäge anmache, kann ich nicht gehen. Dann... Abgesteckt. Hast du irgendwas in deiner Steuerung verstellt? Also ich hab's... Ich hab's grad ausprobiert, bei mir ging's. Ach so, shit. Die 1000 hat sie abgezogen, oder? Wie viel wurden die abgezogen? Ja, die 1000 für diese Motorsäge. Ja. Boah, das gleichste auch aus. Dafür musst du hart arbeiten, Alter. Ja, hab ich schon gemacht. Dann ist die jetzt meine. Haha. So... Ähm... Fertig. Guuuut. Ich bin grad noch ein bisschen am aufräumen hier. Also bei den ganzen Feldern. Jetzt nicht bei allen ab. Bei ein, zwei Feldern ist an der Seite so ein, zwei kleine weiße Pünktchen da. Das fällt dir ein? Ja, gut. Das gefällt meinem inneren Monk aber überhaupt nicht. Denn... Ich bin inneren Monk. Ja, das fällt dir, dann wird ein solch. Befrieden nicht. Wieder und wieder hier. Beruhigstigen. Ich sag mal. Wird noch nicht mal auf Map registriert. Wo sind weiße. Pixel. Dann. Wenn ich mit der Maus bisschen immer auf Seite drehe. Und dann bewegt es sich. immer nur ein Stück. Ich hab keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann auch gehen und sägen. Bei mir funktioniert das auch. Also er kauft deine Kettensäge. Und dann auch noch den billigsten Mist scheiß, den man kaufen kann. Für Geld. Das war ja nur ein Test. Ich hab ja nicht wirklich daran gedacht, dass ich... Tja. Was ist wie... Kauft er eine Husqvarna? Cool, Mann. Husqvarna können Gartenschläuche machen, aber keine Kettensägen. Also, geh durch wegen Gartenschläuche. Das ist... Ja. Da. Das. Vielleicht geht wieder. Ja. 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 Da gibt's hier auch schon wieder langsam Kuschleger mit den Traktoren. Wo sie nach und nach alle nach Hause kommen. Bzzz. 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 ist jetzt noch ein bisschen wieder runter vom server wegen dem fahrzeug und wegen geld überweisen und so ich habe einen dünner streue zu machen wir können wenn wir mit einer kettensäge hilfe mit Wo, wo, wo? Der hätte ich auch selber eingebaut. Ne, der meckert Monk wieder. Also, ich bin wenigstens einer von den wenigen, die das Zeug auf der Nordrische schon gerade packen. Ja, also. Kann ich nicht beurteilen, da gucke ich sehr selten nach. Beziehungsweise, wenn, dann parke ich es gerade wieder, also, bin ich dabei, es wieder gerade einzuparken. Das alte Mal, wo du gesagt hast, wer hat denn das hier eingeparkt, bin ich gerade auf den Hof gefahren und habe einen Zorgensinnig und dann sage ich nur noch selber, wer hat denn das hier eingeparkt. Was, wenn er noch entgegengefahren ist? Was, das Garagentor hier zu? Bitte? Jawohl. Jetzt habe ich gar nichts dran, ne? Kein Lenkrad, nichts. Trotzdem lässt er mich nicht gehen. Dann pack doch, mach doch mal deine, die Steuerung, die Tastatursteuerung auf Standard. Aber wie gar alles gemacht? Zurücksetzen auf Standard. Ja. Geht immer noch nicht. Dann kann ich dir nicht sagen, wo es liegt. Das ist mir echt ein Rätsel. Weil alles, was ich jetzt nur vermuten könnte, ja schon ausgeschlossen ist. Ja, Paara, ich glaube, wir waren heute richtig fleißig, ne? Finde ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Das ist zwar alles ein bisschen dreckig hier irgendwie, aber... Ah, der Regen kommt. Genau. Ja, so, wir haben... Was haben wir jetzt auf Lager? Das hätte man auch mal. 41.000 Weizen haben wir auf Lager. 23.000 Sonnenblumen. 28.000 Soja. Und 172.000 Stroh. Wenn ich auf die Karte gehe, dann geht immer so ein Strich nach oben. Das habe ich auch nicht. Also sowas habe ich definitiv nicht. Das habe ich nur bei LS. Hier ist übrigens der Kercher, falls du ihn mal suchst, ne? Okay. Ja, ich bin heute auf die Map gekommen. Das hat dann so komisch geflaggert. Das war auch wie so ein alter Streifen, der hochgelaufen ist. Ja, genau. Bei mir auch. Aber das war nur dieses Mal. Letztes Mal war es nicht gefallen. Jetzt auch. Kann das an einem Mod liegen? Weiß es nicht. Da bin ich überfragt. Warte, ich gucke gleich nochmal. Ich gehe jetzt erstmal ins Häuschen und mache hier die Aufnahme zu Ende. Ich sage mal, dieses Programm, was ich habe, wo ich diese Mods dazwischen lade, bevor ich mich ins Spiel anlocke, also das hat auch keine Fehler geworfen. Und das ist auch schon... Ach, hier oben ist der Hund. Beifuß. Komm her hier. Komm da oben runter. Du tust dir weh, wenn du fällst. Hallo. Und durch die Mauer gegangen. Felder, also dieses Programm, das hat auch keine Fehler gezeigt. Okay. Und... So. Ah, da ist der Hund. Ja, sehr schön. Ich habe ihn gerettet. Ja, Freunde. Alles klar. Dann war das einmal eine lange Aufnahme-Session. Wir haben ein bisschen was geschafft. Sieht nicht so aus, aber wir haben auf jeden Fall was geschafft. Und irgendwann die Woche werden wir mal wieder weitermachen. Videomaterial ist erstmal genug da, aber es kommt jetzt ja auch jeden Tag ein Video davon. Und wir gucken mal, ob es vielleicht so viel Material wird, dass wir jeden Tag eine halbe Stunde mal raushauen. Ähm, das entscheide ich aber dann, wenn ich das schneide und gucke, wie viele Folgen das jetzt sind. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Folge wieder. Bis, äh, nächste Aufnahme-Session. Und bis dahin. Reingehauen. Wir sehen uns in der nächsten constantly. Vielen Dank.